Kannst du mir in zwei Tagen einen Termin zur Kastration vereinbaren? Willst du das wirklich, Brian? Ja, will ich. Und egal, was ich in zwei Tagen sage, lass dir nicht einreden. Ich hätte meine Meinung geändert. Wow, die Sache scheint dir ziemlich ernst zu sein, Brian. Absolut. Ich habe sogar dieses Dokument, das mich legal dazu verpflichtet. Ist das notariell beglaubigt? Nein, aber ein Notar dürfte sehr bald hier sein. Ich wurde angerufen. Ich soll dein Dokument beglaubigen. Aber ich verbringe den Tag mit meiner Familie, deswegen ist sie auch hier. Das sind meine Frau Janice, meine Töchter Lisa und Jane und das ist Rosalind, eine Freundin unserer Tochter Jane. Ihre Familie ist zerrüttet, deswegen sind wir ihr zweites Zuhause. Robert! Es ist doch wahr. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, dieses wichtige Dokument zu beglaubigen. Sie haben bestimmt viel zu tun.